Josef Janning ist bei uns im Studio, der Politikwissenschaftler. Herzlich willkommen an diesem Freitagnachmittag. Vielleicht fangen wir mal mit dem Präsidenten Selenskyj an, der ja wieder sich geäußert hat und wieder seine Landsleute auffordert durchzuhalten. Er nahm Bezug in seiner Rede auf die Aussaat. Ukraine ist ja die Kornkammer Europas und Russlands früher genannt worden. Wie bewerten Sie das, was er da gesagt hat? Und vor allem, was passiert, wenn diese Aussaat nicht stattfinden kann? Nun, Herr Fittkau, Selenskyj will keinen Zweifel am Durchhaltewillen der Ukrainer zulassen. Das ist ja seine Stärke in dieser Situation, dass er, was viele ihm nicht zugetraut haben, wirklich steht, da ist und daran glaubt, dass es möglich ist und so die Moral im Lande ganz wesentlich mit hochhält. Natürlich ist die Lage kritisch. Im Westen des Landes wird ja derzeit, soweit man das erkennen kann, nicht gekämpft. Dort kann sicher auch Aussaat stattfinden, aber in vielen anderen Bereichen im Osten oder um die großen Städte herum halte ich das für sehr schwierig. Es wird in jedem Fall dann eine verminderte Aussaat geben, damit auch eine verringerte Ernte. Vielleicht wird auch ein Teil der Aussaat später durch Panzer plattgewalzt werden. Das kann man jetzt noch nicht beurteilen. Und das wiederum wird Folgen haben für die Weltmarktpreise für Weizen, denn Ukraine ist in der Tat die Kornkammer Europas und auch des internationalen Weizenmarktes. Selenskyj steht mit seiner Aussage bezüglich des Aussehens, für mich jedenfalls an diesem Tag, für das Leben und Putin steht für das Todbringende. Mario Pol steht ständig unter Beschuss. Haben wir gehört, was kann diesen Diktator stoppen? Am Ende kann er nur die eigene Einsicht in die Unerreichbarkeit seiner Ziele stoppen. Und das ist bisher nicht zu erkennen. Wir sehen, dass derzeit die russische Kriegsführung ganz klar auf sogenannte Counter-Value-Ziele geht. Das heißt, da man das Militär der Ukrainer nicht einfach Schachmatt setzen kann, wird die zivile Infrastruktur zerstört. Und dabei hilft ironischerweise auch die Entvölkerung der Städte, denn umso ungehinderter können die dann in Grund und Boden zerschossen werden. Das kann auch lange so gehen, ne? Das kann auch eine ganze Zeit so weitergehen. Und damit auch das Leid der Zivilbevölkerung kann so weitergehen. Wir sprechen ja gleich über den EU-Gipfel in Versailles, also in Frankreich. Was heißt diese aktuelle Situation? Wir sprechen ja jetzt schon über mehr als zwei Wochen, die dieser Krieg andauert. Was heißt das für die EU, für Europa? Das heißt für Europa, dass eine schnelle Entscheidung, die ja auch befürchtet worden war von einigen, nicht zustande kommt. Und einfach deswegen, weil die Ukrainer erfolgreicher gegenhalten, als manche befürchtet hatten. Und das wiederum bedeutet, dass die Eskalation dieses Krieges möglicherweise in anderen Stufen vorangeht, weil natürlich auch die europäische Seite immer wieder reagieren muss und reagieren wird auf das, was sich vor Ort ereignet. Das heißt, wenn die Russen die Intensität dieses Krieges steigern, und darauf deutet alles hin, dann werden auch die Europäer und die Amerikaner neue Sanktionen beschließen. Und jede neue Sanktion wird wiederum auch Europa ein Stück mehr treffen müssen, weil das nun mal auch der Effekt von wirtschaftlichen Sanktionen ist. Wir sehen ja jetzt schon jetzt eine ungeheure Flüchtlingsbewegung, die vor allem auf Polen, aber auch auf Ungarn und die Nachbarländer, aber auch auf Deutschland zukommt und zurollt. Jetzt gibt es Leute, die sagen, das ist erst der Anfang, wenn das so eine Zeit lang noch weitergeht in der Ukraine, möglicherweise sich auf den Westen auch noch ausdehnt, diese Kriegshandlungen. Es gibt sogar Leute, die meinen und schätzen, es wären bis zu 10 Millionen Menschen möglich, die dann zu uns kommen. Werden diese Menschen gezielt, also diese Flüchtlingsbewegung, gezielt als hybride Kriegsführung von Putin eingesetzt? Das kann man bisher nicht erkennen. Natürlich ist es Teil der russischen Kriegführung, Menschen zu vertreiben, Menschen heimatlos zu machen, ihnen die Existenzgrundlage zu nehmen. Das ist ja das Ziel dieser Art von Kriegführung, ist Demoralisierung, ist den Willen zum Durchhalten zu schwächen. Das heißt also, je mehr Flüchtlinge, je mehr Menschen ihre Lebensgrundlage verloren haben, desto möglicherweise größer die Chance, die Ukraine in die Knie zu zwingen. Das passt schon. Auf der anderen Seite bleibt vielen Menschen in den belagerten Städten und Regionen gar nichts anderes übrig, als ihre Sachen zu packen und zu gehen. Und damit bleibt ihnen nichts anderes übrig, als Richtung Westen zu gehen. Denn die Angebote Moskaus, Korridore, die nach Russland oder Weißrussland führen, anzunehmen, diese Attraktivität solcher Optionen ist ja offenbar sehr gering, selbst im östlichen Teil des Landes, wo doch relativ viele Menschen russische Wurzeln haben und nicht nur ukrainische. Sie sind ukrainische Staatsbürger, aber sie sind ethnisch gesehen Russen. Auch dort sind viele Menschen mit der russischen Kriegführung nicht einverstanden. Vielen Dank für diese erste Stellungnahme. Vielen Dank für's Zuschauen.